Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch zu einem neuen Unboxing begrüßen. Es geht diesmal um dieses kleine Päckchen, das ich heute bekommen habe. Es ist sehr unscheinbar wieder, es ist naturbelassen, nur ein bisschen mit schwarzem Aufdruck. Das finde ich eigentlich gar nicht immer so schlecht, denn man spart da an der Verpackung und spart vielleicht dann an dem Gerät selbst nicht. Oder es macht vom Preis her das Gerät dann etwas günstiger, als wenn eine riesen Hochglanzverpackung mit tollen Bildchen drauf ist und so weiter und so fort. Finde ich ganz gut. Packen wir aus das Ding mal. Jetzt müssen wir gucken, es ist nicht viel auf dem Kattung drauf, wie gesagt, nur der Aufdruck. Es geht um das Pronomic M502 Minimixer. Hier kann man es lesen, ja. Und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich öffne den Kattung. Hurtig, hurtig, ein bisschen, ja, geht ein bisschen schwierig mit der Tragetasche. Das ist wie eine Tragetasche, so eine kleine. Und dann kommt eine weitere Kattung zum Vorschein. Aha. Das ist das Netzteil. Das lege ich mal geschwind auf die Seite. Dann haben wir hier noch eine Gebrauchsanweisung. Und man sieht hier auch gleich auf dem Bildchen da, es gibt verschiedene Modelle von dieser M-Serie. Nämlich Pronomic M502, das ist das hier, das wir haben. Dann das M602, M802. Was ich jetzt noch persönlich weiß, es gibt auch noch eine FX-Reihe. Das M502 gibt es allerdings nicht mit Effektgenerator, sondern das M602, glaube ich, ja. M802 weiß ich mit Sicherheit, dass es das mit Effektgenerator gibt. Ja, das weiß ich. Okay, der Preis ist sehr, sehr angenehm. Mit 39,99 bekommt man ein richtig kleines, schniegiges Püllchen. Wenn es denn so ist, wie auf dem Bildchen, dann passt das alles. So, Karton geschwind weggelegt. Mit der Verpackung weg. So, machen wir auch weg. Und das ist das Püllchen. Befreie ich auch mal schnell aus der Folie. So. Das war auch noch drin. Keine Pfefferminzbonbons, nicht essen bitte. Und das ist es nun, das Püllchen. Sieht richtig schick aus. Es macht was her. Es ist auch nicht aus Kunststoff, sondern es ist aus Metall gefertigt. Auch die Seitenwände sind aus Metall. Das ist schon mal ganz gut. Es ist ein Ein-Kanal, nee, nicht ein Ein-Kanal, sondern ein Fünf-Kanal-Mixer ist das. Man sieht ja hier den XLR-Kanal mit Pre-Amp sogar, Zwei-Band-Equilizer, Pan-Regler und Channel-Fader oder Paudi in diesem Fall. Es gibt ja keine Fehler an diesem Gerät. Dann Kanal 2 und 3, 4 und 5. Die haben keinen Zwei-Band-Equilizer. Und hier gibt es noch den Main-Mix-Regler und den Kopfhörer-Regler. Finde ich richtig gut. Dann haben wir hier noch, wie gesagt, die Kanäle 2, 3, 4, 5 und den Main-Out auch jeweils in 6,3 mm Klinke und einen 6,3 mm Klinken-Kopfhörer-Ausgang. Hier gibt es dann noch Cinch-Ein-Angang und Ausgang. Das finde ich ganz gut. Nämlich da kann man dann auch zum Beispiel die Ava-Media wieder anschließen, die ich habe. Oder halt ein anderes Capture-Gerät. Solange es analoge Ausgänge hat, geht das nämlich. Dann kann man das da durchschleifen durchs Püllchen. Dann haben wir hier noch geschwind mal drei Knöpfe. Einmal, das finde ich richtig gut. Phantomspeisung, schaltbare Phantomspeisung. Es gibt ja noch andere Hersteller. Zum Beispiel einer mit dem B vorne dran. Sehr bekannt und verkauft eigentlich sehr viele von diesen Püllchen. Die stellen auch solche kleinen Püllchen her. Sie sind fast baugleich eigentlich. Von der Optik her sieht das ein bisschen anders aus. Aber sonst sind sie fast baugleich. Und es gibt da natürlich einen Vorteil, was dieses Pult hat gegenüber den anderen. Diese Phantomspeisung ist schaltbar. Das ist ein großer Vorteil. Bei den anderen, bei dem kleinen 302er von dieser Firma, dem B drauf. Die meisten wissen, was es gemeint ist. Gibt es zum Beispiel nur eine permanente 15 Volt Phantomspeisung. Also nicht für jedes Mikrofon geeignet. Kondensatormikrofon wohl bemerkt. Und das 502er hat, glaube ich, nur 20 Volt Phantomspeisung. Ich glaube, die ist auch permanent. Und das ist quasi das Pendant dazu. Das M502. Und das hat 48 Volt Phantomspeisung. Richtig, richtig gut. Und wirklich brauchbar. Also jedes Mikrofon funktioniert damit. So. Dann gibt es da unten noch CD Tape to Phones. Also ein Routing-Möglichkeiten. Und hier CD Tape to Mix. Gibt es auch noch. Dann haben wir hier noch eine 4 LED Levelmeter. Das finde ich ganz gut. Zwei grüne, eine gelbe und eine rote Clip-LED. Finde ich gut. Die meisten haben bloß eine grüne hier, die dann entweder rot oder grün blinkt. Hier sind es an der Zahl 4. Gut. 48 Volt Phantomspeisungs-LED, Anzeige-LED. Also die Status-LED. Ist es eingeschaltet oder nicht? Und die Power-LED. Da hinten haben wir dann noch den AC-Anschluss für den Strom. Mehr gibt es an diesem Pult nicht. Und das reicht eigentlich auch. Das langt vollkommen, wenn man nur ein Mikrofon hat. Ich benutze das Pult zum Beispiel als Submixer. Wenn ich mal ein drittes Mikrofon anschließen möchte, weil ich nur einen 2-Kanal-Mixer habe zur Zeit. Dann schließe ich das da an. Das verbinde ich dann mit dem anderen Pult. Das geht ganz einfach. Und dann habe ich drei Mikrofon-Eingänge. So, ich habe gemerkt, eben hat es ein bisschen gewackelt. Es steht nicht ganz plan. Aber wenn es hier so auf so einer Decke steht, steht es plan. Da kann nichts wackeln. Das war es auch schon für das Unboxing. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ich mache vielleicht auch noch ein Review dazu. Dann wären wir ein bisschen mehr auf die technischen Daten eingegangen. Und ich schließe dann das Mischpult dann auch an und spreche dann das Review über dieses Pult. Weil die Pulte klingen auch ein bisschen anders. Das will ich auch euch nicht vorenthalten. Das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, Fragen in die Kommentare unten rein. Das Pult kostet 39,90. Wo man das Pult kaufen kann, poste ich euch auch noch in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war euer Sanfinkoll mit dem Unboxing vom Pronomic M502 Mini Mischpult. Tschüss, bye bye, winke winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Sanfinkoll. Tschüss, mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020